Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich muss grad die Musik noch mal anmachen. In Folge 100! Yay! Und Marco lässt Johnny ertrinken. Ich hab's überlegt. Das ist unser Brunnen, Marco, ja? Hier sind dabei der Minenmann93. Okay, das war's mit Folge 100. Die reden alle da durch. Niemand braucht Vorstellungen, so. Also mit dabei ist der Minenmann93, aka Mr. Brausepulver, aka Max. Hallo. Hi. Hier, stirb an meinem Schwert. Fick! Nee! Warte mal, warte mal. Komm mal, komm mal her, bleib mal stehen. Alter, das sieht so hässlich aus mit den Bambus. Okay, ihr könnt auch ruhig weiter vorstellen. So, Minenmann93 ist tot. Und dann ist doch dabei der Marco. Wieso bist du jetzt hierhin gekommen? Ich hab teleportiert, du Schwache. Da ist Marco. Alter, hör ihn auf zu töten. Nein, die haben wir auch nicht getroffen. Eins gegen eins. Okay, ihr weiß merkt, dass ich einen super Wogen hab. Der on-shot вид. Boah! Warte, ich fang hier an aufzunehmen. Heeee руooooooood. Jetzt fang ich auch an. Also, äh 3, 2, 1, äh. Zum evaporator. Hi. War ne aka Lightgamer ne? Die Musik ist viel zu laut, man hört, ey. Ich habe hier 15 FPS. Dann macht die Musik leiser, weil sie fliegt. Und wenn ihr euch fragt, warum ist die so leck? Das liegt daran, dass wir hier 100 Milliarden Hühner haben. Genau. Weil die sind gerade am töten, weil der Server läuft ja immer weiter und das wird ja immer wieder... Die legen sich dann automatisch. Ich glaube, ich kann gleich schon mein Dings reparieren. Darf ich die Hühner hier drin auch töten? Nein, das sind die Legehühner. Nein, in dem anderen nicht. Und wir machen da jetzt keine neuen Hühner mehr rein, Johnny. Ach, ich mache die Eier, die ich habe, dann noch rein. Nein, Johnny, da ist mehr als genug Hühner drin. Ah, ihr tötet mich. Ich gehe hier raus. Ja, wenn du so behindert bist. Ich will mein Diamantschwert nicht so verschwenden. Boah, hier läuft es schön. Ich habe einen Eisenschwetter genommen. Mehr, Manny, los! Okay. Marco will immer noch ein 1 gegen 1, habe ich gehört. Das war schwer. Das Schöne ist, wir werden endlich genug Dings für... Wir können Kufen backen. Warum darf die Musik eigentlich hier laufen, im Teamspeak? Das ist doch viel besser, wenn man die nachher einfügt und dann kann man die anpassen. Alter, ich höre die Musik, das ist so laut, ey. Die ist so mega laut. Dann mach, echt mal, mach es einfach leiser. Das haben die auch immer gemacht. Ich habe die glaube ich auch... Warte mal, ich guck mal kurz nach. Ich kann dich jetzt nicht leiser machen, wenn ich raus tappe, dann schmiert Fraps ab. Was? Ja. Spielst du im Vollbild? Nein. Dann schmiert Fraps nicht ab. Doch. Was hast du für komische Fraps? Alter, das sind ein deutlich viel zu viele Hühner. Also ich habe die Musik auf minus 26 Dezibel. Ich habe die jetzt auch ein bisschen leiser gemacht. Äh Johnny, wieso nehmen wir nicht einfach Max-Taktik und lassen einfach Lava drüber laufen? Wir haben mehr als genug Fleisch. Ich will die aber einzeln töten. Wir haben mehr als genug Fleisch? Ja, warte. Dann nehme ich meinen Bogen. Ja, nimm den Bogen. Aber der verbraucht sich natürlich übel. Nein. Ja, das stimmt schon. Geh raus, wenn ich den Bogen jetzt nehme. Alter, nein, ich mach das schon. Nein. Nicht töten. Okay, dann muss ich jetzt nochmal Aufnahme beenden und dann wieder neu starten. Ja, mach das. Marco. Komm her, ich hab die Blume. Du hast die Blume? Ich hab den Superbogen. Ich hab die Blume, dann mach. Nein. Alter, hier sind so viele Kratzfilohi da drin. Ja, du sollst vielleicht den Server das nächste Mal einfach stoppen, wenn wir auf und aufzunehmen. Über Musik drüber, wie kann ich ihn leiser machen? Über Musik. Rechtsklick und dann Lautschleckern passen. Ah, du leckst zu sehr rum, ich kann ich nicht treffen. Ich mach mir grad nochmal zwei Eisen später. Ja. Hab's geschafft, die Blume? Okay, Marco, komm, wir machen was anderes. Habt du schon unseren Haus von mir gesehen? Den tötet ihr bitte nicht. Warum nicht? Weil der, ja, den tötet ihr nicht. Den geht ja und nicht schaden oder so. Hast du den Hund hier verprügelt? Nein. Alter, Marco. Das behindert. Weißt du, warum ich jetzt, warum ich gesagt hab, sobald die irgendwie scheiße machen, bannen wir die einfach. 1, 2, 1. Hallo. Hallo. Hi. Hey. Das war nur dafür da, damit ich weiß, wie ich es synchronisieren muss. Hier, guck mal, guck mal. Ja, weil da immer noch Hühner sind. Max, komm mal her. Okay, komm nicht her. Der verprügelt mich da gerade, Marco, hör auf. Marco verprügelt nur. Marco, hör mal auf, sie verprügeln. Er ist jetzt tot. Okay. Okay. Ich kann die Hunde nicht stoppen, außer im Grund. Der Hund ist böse auf mich. Ja. Ich geh mir mal ein bisschen Holz holen, ne? Ja, ich nehm mir einen Einbar und mach Lava über den Ding, über die Hühner. Ach, wir haben einen Tree Assassin, ist gar nicht drin. Ja, das ist richtig. Geh mich einfach mal ein bisschen rumgucken. Ja, mach das. Ah, der Hund ist da. Nein. Ja, äh. Ja, äh. Nein, Alter, wenn du meinen Hund tötest, nicht tötest. Nein, Marco, wenn du meinen Hund tötest. Alter hat der Name. Rüdiger. Alter, nein, den darfst nicht töten. Ne, warte, Rüdiger. Äh, Johnny? Ja. Wo war der Lavasee? Wenn du den Hund tötest, hat Johnny keinen Sexpartner mehr. Ich hab noch genug Hunde. Nein, die sind doch alle gekommen. Du hast eh keinen Hund mehr. Du kannst eh nicht mehr richtig machen. Die nerven nur. Äh, okay. Scheiße auf die Lava. Ich weiß nicht, wo der Lavasee ist. Ah, ich hab den Lavasee gefunden. Wir hätten den Lavasee irgendwie... Alter. WTF. Welches Level bist du? 32. Ja, dann lass es. Hör auf. Ich muss jetzt mal verzaubern. Ja, geh raus. Ich mach jetzt hier eh Lava rein. Nein, Alter, lass nicht. Nein, warum habt ihr den auf den Kopf gestellt? Und nein, lass mich raus. So, Hühner sind tot. Marco? Nein, Alter, das war voll die geile Levelfahren. Rügelieger. 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 Wer nennt seinen Hund Rügelieger? Ich? Ich fände ihn aber irgendwie geil. Wer der tötet... Unser Zombie heißt Krumm. Okay, deswegen... Ja, damit der auf den Kopf steht. Ja. Egal. Wir haben wieder überall 60 FPS. Marco? Was machst du in der Kiste? Mehr den. Du kannst dir das Goldschwert rausnehmen, wenn du willst. Aber du schlägst keiner mit. Zieht wieder. Hab ich gesagt, du nimmst die Rüstung da raus. Ich darf mir auch was zu essen rausnehmen, so ein paar Karotten. Du darfst, komm mal mit, wo bist du? Geh mal aus dem Haus raus. Du bist scheiße. Du darfst ja auch ein paar Hühner nimmst. Wir haben mehr als genug Hühner vielleicht. Ah ja, hier soll ich ein bisschen beraten. Ich hab nur knapp 5 Stacks. Ich hab nicht zufällig Eisen für mich, ich brauch Eisen. Äh, doch, haben wir... Dann baut euch bitte keine richtige, ähm... Marco hat sich ja schon eine Goldrüstung rausgenommen. Guck mal, hier, ich hab jetzt mal... Ich will irgendwann nochmal mitmachen. Ey, hier. Äh, Johnny. Hier, Ofenkartoffeln. Wo sind die ganzen Hühner hin? Die sind nicht mehr in meinem Ofen. Die Hühnchen wären die Welt. Ja, ich doch. Also ich hab nur noch 60 Stück, aber... Ne, ich hatte ja irgendwie 5 Stacks oder so gestern, letzte Aufnahme gebraten. Nein, das war nicht 5 Stacks, das war viel, 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 viel mehr. Egal. So ein 2 oder so. Nein, ich hab meine ganze Dings, meine ganzen Ofen waren voll. Leute. Ich brauch einen. Die sind alle weg. Ja, komm mit. Äh, komm mal, komm mit. Ich zeig dir, wo bei mir Eisen ist. Oder... Ja, ich komm... Komm mit, komm mit. Hier, das hässliche Haus. In meinem Stock. Komm her! Was bauen wir überhaupt? Äh... Wow! Okay. Erstmal eine Spinne. Äh, hier... Marco? Du gehst raus. Ja. Darf ich einen Stock haben? Nein. Sicher? Ich töte dich, wenn du nicht rausgehst. So, Eisen ist hier oben. Da müssen wir auch Eisen. Da sind 5 Eisen drin. Oh, nee. Ich seh grad auch, dass da nicht so viel Eisen sein muss, sowohl zu Johnny. Ach, ich hab alles Eisen, glaub ich, zu Johnny gebracht. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Jetzt zwei Steine. Jetzt zwei Stecksteine. Ah, äh... Äh... Nein, wir haben zu wenig Eisen. Äh... Steine. Und... Und Erde. Wir brauchen das. Das ist sehr wertvoll. Ich hab jetzt hier Holze. Äh... Wir brauchen Betten. Hab ich grad das... Ach, ne. Wir haben Essentials drauf. Johnny? Ja? Was macht ihr jetzt gerade? Was ist euer nächstes Ziel? Ich hab keine... Keine Ahnung. Äh... Das ist ein sehr schöner Ausblick. Wir könnten die NPC-Häuser abbrennen. Hier, Johnny. Wo? Unter dir. Ach so, guck. Du willst eine Eisenrüstung haben? Äh, wann ist Nacht? Komm her. Oh, es dauert noch ein bisschen. Guck mal, hier, hier drin ist eine. Sind die Viecher alle tot? Marco, komm in den Keller. Komm in den Keller. Komm in den Keller. Äh... Der ist nicht auf dich sauer. Darf ich die Red-Sun-Leitung beim Dispenser da unten kaputt machen? Das nervt nämlich. Ja. Nein. Deswegen ist da die Clicker-Area. Deswegen haben wir Schilde, die sich davor warnen, dass es da Clicker-Area ist. Hier. Danke. Achtung, Clicker-Sperrzone. Wer hat mich grad geschlagen? Clicker-Sperrzone. Keine Haftung. Genau. Wer hat mich hier grad geschlagen? Hat der Zombie mich grad geschlagen? Ja. Ja, der Zombie kann einen schlagen, Johnny. Klar kann der einen schlagen. Danke, Johnny. Bitte, Marco. Durch die Wand, durch. Seine Hände sind in der Höhe vom Zaun. Der könnte theoretisch uns nicht schlagen. Ach ja, ich müsste jetzt mal meine... Na, Johnny, stinkt. Wie geht's dir? Wie findest du den Namen, Max? Keller. Welchen Namen war's? Ich hab meinen Hund Johnny stinkt genannt. Sehr schön. Haben wir noch ein Buch irgendwo? Hi Marco. Komm mal mit, Marco. Ey, Merlin. Ey, Merlin. Hast du noch ein Buch irgendwo? Äh, ja, ich hab noch viele Bücher. In der Kiste direkt am Eingang. Kommst du? Ich schnapp die mir mal, okay? Wolle die Hälfte. Wow. 33 Eisen. Krass. Spinny. Oh, zwei Bücher. Geh mich jetzt campen. Wieso sind die Spinnen eigentlich nicht gespawnt? Ich glaub, äh... Hast du keine Kohle irgendwie? Alter, ein Creeper. Dann töte ihn. Ne, zwei Creeper. Alter. Warte, warte, bleib weg! Oder sind beide tot? Beide schon tot. Okay. Nein, einen ist nur tot, einen ist explodiert. Nimm mir hier mal ein bisschen Kohle mit. Mach was du willst. Nimm es der Gliederfüße 4. Äh, das ist scheiße. Schau. Marco. Was bringt denn das? Das kann man mir aus der Jabantschwert machen, oder? Du hast uns den Ausgang abgebaut. Entschuldigung. Merlin. Hm? Wir brauchen aus der Jabantschwert machen, oder? Was? Wir brauchen einer noch eine Eisenrück. Was kann man jetzt nur aus der Jabantschwert machen? Nimm es der Gliederfüße. Hör doch mal. Das kann man nur aus Schwertern machen. Jeder habe ich dir gesagt. Du hast dir ein Matschwert gesagt. Ich hab den Creeper. Ja, was hab ich denn hier? Kannst du auch aus Holzschwertern machen? Nein, aber du kannst mich tippen, wenn du willst. Max, hast du eine? Marco, komm einfach raus. Nein? Ne? Ich hab die Ausgang. Ja, warte. Nein. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich rette dich, Marco. Mann. 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 betten stehen das ist nein irgendwie müsst ihr schlafen hast du mich geobt ich glaube das ist mein internet das abkommt johnny hast du mich geobt ja kann sein nein ich habe mich letzte woche letzte aufnahme auch nicht dinge sind auch nicht hatte ich hätte ich habe dich nicht gedacht das war nicht nur marco und ich kann es warte ich baue den kappappar betten so was gerade tag gemacht nein nein das ist die musik das höre ich aber selber der musik das ist nur die musik das ist das ist nur die musik nein niemals ein internet ist es auf keinen fall ok sehr schön ja mein internet kackt in letzter zeit sehr oft ab hört gerade gar nichts ich glaube ich denke mal mein internet neu rein so weiterreden fällt mir gerade ein das war ja dumm naja egal auch was connection lost das ist ja überraschend schon internet 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 das ist jetzt doof mein internet will nicht also mein wlan stick ich glaube ich muss den also ich höre nur die musik und aus irgendeinem grund hat sich johnny grad gemutet ziemlich schon längst bemerkt ja die musik ist wieder da ich denke dass er wieder redet ja nicht mit mir nur weil musik da ist und was machst du hier und wieso ist dein kopf nach hinten ich hab ja auf der server legt auch ein bisschen oder ich hab eigentlich nicht nur ein solches echt nicht machen ja nein nein du bist geil ich bin ich eigentlich in johnny's haus ich weiß es nicht darf nicht die diamant blöcke abbauen dankeschön ja alter mit einem bett willst du mich verarschen ich nehme jetzt auch auf 3 2 1 hallo und herzlich willkommen fuck dich alter hör auf weißt du was weiß ich und dieser hund ist mein hund nein jetzt geht die hunde auf mich ich höre dir die griecher oder so wir sollten jetzt mal echt was sinnvolles machen gib mir meine scheiß sache unter äh die sind unten immer noch bei johnny so ein paar andere habe ich aufgelöst um nein alter meine mutter hat gerade rumgeschrien dass ich aufhören soll zu schreien ich töte gleich die hunde ne ähm alter ja geh doch einfach da runter echt mal wie geht es da hin die treppe runter guck da geht es da ist ne treppe uh uh scheiße da ist ne treppe fuck ja wie er ausrastet ja ja hallo hallo hier kriegst du noch deine rüste gib mir mal ein schild wieder was für schild ich hab dir das grad abgebaut achso äh das ist mein holz ja da brauche ich mir halt in deinem haus welches ab nein das wirst du nicht das ist mein haus ist klar oder da brauche ich in mehr äh ich glaube Rüdiger will Marco töten hallo rüdiger kann ihn verbändigen warum jetzt deine bilder ab alter ist er behindert rüdiger natürlich nein lass meine bilder in ruhe dann gib mir mal ein scheiß holz ja dann wo bist du denn ah hier ja den lässt du mal bitte in ruhe alter was wir machen jetzt irgendwas sinnvolles ihr baut jetzt ein haus die nehmt Marco in sein let's play mit hier ist johnny stinkt ja lass johnny stinken ruhig der ist mein lieblingshund er hat den besten arm ich baum mir jetzt clay ab ich will was aus clay bauen oh oh da ist ein creeper hat jemand bitte schön nochmal 3 level für mich ja 2 level meinte ich ich brauch 2 level man sollte level in erfahrungsflaschen sammeln mal machen können das war wirklich geil kriegt das an die not Marco Hühnchen slap Marco hör auf habt ihr in dem äh fluss hier noch irgendwo clay drin oder alter wtf in der ganzen zeit ist jetzt ein Hühnchen im tötungsbecken respawned tja Achtung Klicker ist Schwertzone keine Haftung ja da drin sind ganz viel klicker ein kleines Hühnchen ist bisher da nur respawned tja ist hier irgendwo ist das halt so äh wir haben wir haben überall Sumpfe in der Ernährung wo bist du denn Marco hast du eigentlich schon mal eine riesen äh bombusfarben gesehen ah da komm wir suchen wir suchen Sumpf für dich nein wo bist du ich glaube ich bin schon mal im Sumpf achso okay ja komm Marco wir machen das jetzt komm trotzdem du nimmst die eine Seite und du ich nehme die andere äh ich geh rechts von äh du gehst hier du gehst hier du gehst hier du gehst hier viele ich bin da die ganze hier äh ich hab die minimap schon wieder nicht sonst würde ich dir sagen wo ich bin was hast du denn du für eine minimap dass sie nicht funktionieren die geht nur im single ich seh dich also grad eben gegen sie aber jetzt ist die wieder weg das ist total komisch ich hab äh race minimap ich hab auch san damit man leute sehen kann ja die auch alle diese cheater hier auch Marco wo bist du wieso sind hier eigentlich so viele schafe naja egal du weißt schon dass du einfach nur den zweiten abfahren musst oder ja ja ich weiß hm Johnny wollen wir irgendwas sinnvolles machen während die da ihre häuser bauen also ich baue die bambusfarm weiter okay Johnny mach schon wieder total es ist so hässlich es ist absolut hässlich ich weiß nicht ich find die cool die ist total hässlich wirklich ich baue die ab ich hab keinen platz im inventar das ist alles verschwendet wenn du dir jetzt weiter baust dann baue ich sie ab das ist mein baby bau sie irgendwo außerhalb von unserem direkten umfeld ne naja mit der minecraft 1.7 ziehen wir eh um wann kommt denn die 1.7 weiß ich nicht irgendwann was wird da eigentlich neu drin viel es gibt einen neuen biomgenerator der irgendwie den pc von dir komplett kaputt macht weil er so viel leistung zieht dann wird alles in die höhe gezogen also außer bäume und so die normale dings ja du musst ihn ja nicht einstellen das ist so ein wie super vielleicht gibt es dann amplified das ist dann alles total in die höhe gezogen dann gibt es total viele es gibt extrem viele neue biome es gibt irgendwie ein eiszapfen biome ähm das ist halt die eiszapfen es gibt es gibt es gibt äh wie heißt der zeit was ich liebe deine playlist ja ne fast nur selder cool irgendwann irgendwann ist dann wahrscheinlich wieder das nur elfenlied kommt Marco was machst du äh Manny was machst du gerade ich laufe durchsinnlos durchgegen ach so genau und Kürbel äh Melonen spawnen im dschungel was mit der 1,7 und äh es gibt noch neue biome mit riesigen bergen dann gibt es noch äh wie heißt denn das äh sowieso wüsten ähnlich nein ich baue immer noch den Bambus ab ach so muss aber nur in eine mit ein paar bäumen und es ist auf jeden fall so dass äh Schneebiome und so nicht direkt neben Wüsten spawnen können es gibt dann die biome sondern aufgeteilten warm normal und kalt und es kann neben warm kann nur warm oder normal spawnen Alter was hast du hier gemacht zum Beispiel ich hab ne Höhle gefunden ich bin ein paar Folgen einfach nur rumgerannt ich hab Bambus geholt geh mal wieder aus der Höhle raus Max und wieder angepflanzt ich verbiete dir in die Höhle zu gehen geh mal wieder raus ich hab nen Kürbis gefunden Hi Joni Hi Marco Kürbisse sind seltener es geht doch komm Nils zeig dir mal wie weit es noch geht ohne alles abzufahren er ist zu weit weg verdammt ich kann meinen diabolischen Plan nicht in die Tat umsetzen weil eigentlich was mein Plan ähm alles was hier an Wasser ist mit Bambus zum Rand du weißt dass das irgendwann in den Ozean munnen wird muss nicht sein NEIN JA MEHL ähm Mag